Ein Brief an mein Zukunfts-Ich. Liebes Zukunfts-Ich. Du weißt ja, wie es mir jetzt geht. Starkes Untergewicht. Essstörung. Borderline. Ich hoffe so sehr, dass du es in ein paar Jahren schaffst, aus der Essstörung rauszukommen und nicht schon längst tot bist durch die folgende Essstörung oder dich umgebracht hast. Ich glaube an dich, dass du es schaffst. Denn du wirst stärker sein als ich. Ich hoffe so sehr, dass du es geschafft hast, mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu leben. Dass du nicht immer wegläufst, wenn dich wer mag oder wenn dich wer nicht mag, anfängst zu klammern. Dass du es schaffst, nicht alle um dich herum zu ersticken, weil du niemandem Raum gibst. Und wenn du es noch immer tust, fühl dich nicht schuldig. Denn irgendwann schaffst du es. Du musst nur daran glauben. So wie ich daran glaube. Mir geht es echt scheiße. Aber ich hoffe und bete so sehr, dass du dein Glück findest. Dass du glücklich bist. Und dass du lernst, dich selbst zu lieben. Weil dann kannst du auch die Liebe anderer endlich annehmen. Dass du endlich weißt, wer du bist. Ich weiß, dass du viele Enttäuschungen von anderen Menschen einstecken musst. Aber lass dich dadurch nicht unterkriegen. Ich weiß, dass du stark sein wirst. Das Leben wird dir zwar immer viele Steine in den Weg legen. Aber sie ist als Herausforderung. Manchmal wird es dir vorkommen, als stehst du vor einem riesengroßen Berg, wo du verzweifelst, weil du denkst, ihn alleine nicht bezwingen zu können. Aber wenn du es versuchst, ist dieser Berg plötzlich ein Kieselstein. Liebe dich selbst so, wie du von anderen geliebt werden willst. Weil verdammt nochmal, du bist es wert, dich selbst zu lieben. Du bist so viel wert. Bitte merk dir das. Lass dich nicht von Jungs oder Mädchen verarschen, die dich nur im Bett haben wollen. Lass nicht zu, dass dir nochmal jemand so wehtut, wie mir wehgetan wurde. Ich hoffe so sehr, dass du es schaffst. Du bist unglaublich stark und du kannst alles schaffen, was du willst. Lass dich nicht von Idioten runterziehen, die dir sagen, dass du fett und wertlos bist. Oder dass du gestört bist. Du wirst nicht fett werden. Das lassen deine Gene nicht mal zu. Und du bist auf keinen Fall wertlos. Und auf die Leute, die dich aufziehen? Scheiß auf die. Die sind Neider. Merk dir eines. Du bist toll, du bist stark. Du schaffst es, die Essstörung zu besiegen. Und du schaffst es auch, trotz der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ein tolles Leben zu führen. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann hol dir Hilfe. Ich glaube an dich, dass du schaffst, das Ritzen und Brennen aufzugeben. Die Wunden werden zu Narben. Und die Narben werden verblassen. Ich weiß, dass es oft Rückfälle geben wird. Ich weiß auch, dass es verdammt schwer ist, das zu schaffen. Aber du bist stark. Du schaffst das. Du bist mehr wert als deine Erkrankung. Liebes Zukunfts-Ich. Das ist mein Brief an dich. Und immer wenn du denkst, du schaffst es nicht, lies den Brief deines Vergangenheits-Ich. Ich hoffe, er gibt dir Kraft. Du bist unglaublich toll. Dein Vergangenheits-Ich.